Wenn du jetzt irgendwie die Getränke machen willst, aber das brauchen wir nicht. Kommst du? Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Hier müsst ihr zum Waldtempel gehen. Wo bist du? Den Weg war ich schon weitergegangen. Sane, bist du den Weg gegangen, wo auf einmal der Gravel aufhört? Nein, hier! Hier geht's zum Waldtempel, ja. Es knirscht so schön, der Gravel. Ich mach grad Sprint-Jump und das zieht... Oh, warte mal, hier gibt's was zu looten. Oh, hier gibt's was zu looten. Hier ist jemand gestorben. Ich bringe nochmal das Grabzeug leer. So. Zum Waldtempel. So, ich hab mir jetzt mal hier ein bisschen Lederrüstung. Ledertunika. Das ist doch nichts. Hast du noch eine komplette Lederrüstung eigentlich an? Mir fehlen Schuhen, boah. Da sind natürlich jetzt gesagt, gib mir einen Teil, dann haben wir so... Das gleiche ist, aber... Wow, ich hab nochmal Diamanten gefunden. Wie viel hast du jetzt? Äh, mit denen die in der Endert, äh, in der Endert-Chests sind 16. Willst du wissen, wie viel ich hab? Kein Plan, bestimmt viele. Ungefähr, ungefähr eineinhalb Stacks. Ich hab dafür aber auch schon Jump and Runs in der Kirche gemacht. Und einfach die komplette Kirche... Komm mit, all. Ich brauche dich. Springen sie, wenn sie auf den Berg wollen. Springen sie! So viel zu. Ich bin gesprungen. So wie er es wollte. Das ist aber okay. Kommst du noch anders auf den Berg? Nee, ne? Und jetzt? Ach, du musst hier auf den Einstein wahrscheinlich... Oder wohl, nee. Springen sie, wenn sie auf den Berg wollen. Ähm... Wie gehst du auf den Berg drauf? Ich bin drauf. So weit. Springen sie, wenn sie auf den Berg wollen. Hä, welchen Berg? Wer meint ihr denn? Okay. Okay, das bringt auch nichts. Äh, sind wir ja überhaupt ein Stück richtig? Hier lang, äh, soll der... Da oben ist ja was. Ich will mal ganz kurz mal eben schauen, ob das da oben der Richtige ist. Nur mal kurz. Was hat er denn mit Sprüngern? Okay, ich weiß, wo der Eingang zwar zum Tempel ist, aber... Aua. Ich bin im Game-Mode. Wo bist du denn hingekommen? Hä, wie kommt man denn da hoch? Ich versuch mal was. Uua. Nein, also an sich, wenn man hier... Hier oben ist zwar eine Truhe, da ist 30 Diamanten, zweimal gebratener Fisch und vier Glowstones. Springen sie, wenn sie auf den Berg wollen. Ja, das ist mir jetzt auch whatever, so. Du nimmst es jetzt aber nicht raus, ne? Steve, lass das doch drin! Also das kannst du jetzt wirklich nicht machen. Ich war jetzt böse, ne? Du willst es jetzt nicht machen, aber dann nimmst du ja wenigstens auch nicht. Das ist ja dann scheiße, irgendwie. Was haben wir denn hier? Warnung, Teleportation, zurück zur Wanderhütte. Nein, zur Wanderhütte möchte ich jetzt nicht. Steve? Was? Ich probiere gerade mal aus, ob ich richtig liege, weil da darfst du mir gern die Diamanten und den Fisch geben. Ob ich, glaube ich, nämlich weiß, glaube ich, wenn man auf den Berg kommt. Und ich probiere es einfach mal. Ich fahre schon mal. Kommst du jetzt? Jo, 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 ich liege vollkommen richtig. Ich bin auf dem Berg drauf. Ja, hab's geschafft. Erzähl, wir sind eben... Her mit dem Fisch und den Diamanten, lass uns jetzt mal. Woho! Es war voll leicht, auf den Berg zu kommen, Steve. Komm mal her. Nein, ich bin schon im Wald zum Pilzen und musste gerade Wuhu machen, weil das hat einen Grund. Ich kürze das jetzt gerade mal ab, indem ich fliege. Ui! So, Game Mode auf 0. Du könntest auch gerne einfach mal da bleiben. Du hättest einfach nur an der linken Seite hochgemusst, ne? Okay. So. Wo bist du denn? Wo bleibst du? Ich bin hier unten. Das hat jetzt auch noch Sound, so ein Minecraft. Ja, ja. So, pass mal auf. So, mein Fisch und meine Diamanten, bitte. Die sind weg. Äh, guck mal hier. Wenn du jetzt auf den Schalter, auf den Schalter da drückst, ne? Dann hol sie mir. Ich will meinen Fisch und meine Diamanten haben. Oh, eine Endertruhe. So, was brauche ich denn nicht? Diamanten, Eifäden, das... Wir haben ein big Problem. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Was zitiere ich, wenn ich meinen Fisch und meine Diamanten kriege? Guck mal da hin. Guck mal da hin. Oh, geil. Was macht der Schalter da? Der hat die Lava geholt und macht da die Tür auf. Kann ich jetzt meinen Fisch und meinen Diamanten haben? Fick dich, der Fisch ist schon lange weg. Und die Diamanten sind in der Endertest drin. Gib sie mir, das sind meine. Die sammeln wir sowas so zusammen. Und ich will sehen, dass ich viele habe. Ich meine, 30 Diamanten, da muss man geizig sein. Schieß mir mal ein... Ich will nur kurz gucken, ob man das eigentlich schafft. Oh ja, doch, man schafft's, dann komme ich wieder zurück. Ah, weg da! Schieß mich runter. Da ist, da ist... Du weißt, dass man nur jemanden mehr verschieben kann. Fuck, 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 fuck! Hab's geschafft. Du hast dich mit Creative ausgeschaltet. Wirklich. Weil ich nur noch drei Herzen hatte. Ja, dann wärst du draufgegangen, mein Freund. Ja, dann ist das schwer, sind die drei Schwerter weg, dann sind die goldenen Karotten weg, dann ist das Glowstorm weg. Du legst doch sowas, äh, goldene Sachen würde ich generell in die Truhe legen, Steve. Allerdings, die goldenen Karotten kannst du nicht essen. Oh, lol. Oh, ich... Und so. Okay, dann bleibe ich jetzt so. Dann habe ich jetzt nur noch Holzschwerter und ein rohes Schweinefleisch. Ich habe eine Karotte, einen Fisch, eine Kartoffel und ein Steak dabei. Oh, lol. Ich habe Wasser, irgendwas mit Wasser gemacht. Ah, geil! Die Map ist awesome. Wieso? Tu mir nur den Gefallen. Geh, spring einfach in die Lava und habe keine Angst. Spring einfach in die Lava und lass sie sterben und dann siehst du, was passiert. Ich lehre, ich schmeiße mal kurz mein Zeug hier hin. Nein! Das sollst du ja genau testen! Das sollst du ja genau testen! Ah, das hat geschehen, dass du beim Tod deine Items behältst, ne? Ja, du behältst sie. Damit habe ich jetzt unnötig alles in die Enderchest getan. Kann ich dann jetzt bitte mal meine Fische und meinen Diamanten haben? Der Fisch ist schon lange weg, du... Wuhu! Ah, hatte ich wohl den richtigen Schalter. Sollen wir da wieder runterspringen? Ich verstehe diese Map manchmal nicht, ganz ehrlich. Kakteen, eine Enderchest. Da wird eine Enderchest. Oh, Kakteen Jump'n'Run. Was? Irgendwas mit Kakteen eben. Ich bin ja irgendwie schadenfroh. Du weißt auch ganz genau, was passiert, wenn du zu mir springst, ne? Dann bin ich tot, ich weiß. Ich habe den Kakteen-Labyrinth. Kakteen-Labyrinth. Was? Hä, was hab ich? Ich habe jetzt irgendeine Türe aufgemacht gerade. Du hast eine Tür geöffnet? Mhm. Ach, die da hinten wahrscheinlich. Au. Au. War da eigentlich so ein... Ja, hatte ich den schon gesetzt? Nein, aber jetzt. Okay. Spring und springen! Okay. WTF? Das ist natürlich auch geil. Was soll das jetzt sein? Ah, ah, nein! Kakteen! Hilfe! Hilfe, Kakteen! Ja, ich weiß, was du meinst. War ein Arsch doch der Typ. Das ist ja schon wieder unglaublich. Was pricked to death. Wurde zu Tode gestochen, ja. Aber merkst du, du behältst deine Items. Ja. Alter, was ein Penner. Ja. Nein, aua. Aua. Der Typ soll aufhören. Ich komme ja nicht aus dem Wasser raus mit den Kakteen. Das geht nicht. Ich geht nicht. Der spült mich so hart zurück hier, der Typ. Ich gucke gerade mal, wo es lang geht. Jetzt sprünten funktioniert. Hier ist das. Hier ist das. Wartest du hier einfach mal? Na klar. Oh, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich schaffte mir den ersten dummen Sprung. Na komm. So, und zu diesem Sprung. Dup, bitte. Oh, äh, können schmerzhaft enden. Au. Bist du da jetzt nicht ganz, bist du da jetzt nicht wirklich darunter gefallen, oder? Doch, ja, aber der eine Ding ist, mein Typ wieder nicht gesprennt hält. Was ist denn hier unten? Wo? Ach, da ist nichts, Gott. Die Kiste ist, ich habe die, oh. Hat's Spaß gemacht? Hm. Was hast du mit der Kiste gemacht? Die Kiste, die ich da aufgesammelt habe, ist schon leer. Da war nochmal Diamanten drin, da war eine sofortige Gesundheit drin und ein Steinschwert. Alter. Alter, warum springt hier dieser Vollidiot nicht? Gut, ich bin zurück. Ich weiß nicht, ob wir zurück mussten. Weil irgendwie... Alter, er springt einfach nicht, er springt einfach nicht. Weil ich glaube nämlich... Ich glaube nämlich an sich, dass wir alles da haben. Es sah jetzt nicht so aus, als wäre da noch was. Da war nur die Truhe halt. Da noch so ein Loch mit der Leiter runter. Wo du, wo du da hättest hochkommen können, das war's. Oh, Alter, jetzt reicht's, äh. Jetzt sag nicht, du cheatest wieder. Ach. Ging mir das auf den Sack, Alter, weil du Stunden brauchst, bis du aus diesem Kaktus war das Ding wieder. Das war über eine Glocke gesprungen. Oh, ich hab's mal geschafft. Übrigens, es ist draußen, äh, dunkel. Ich höre nämlich die Spenden und so. Ja, super, du hast die Kiste einfach wieder leer gemacht und dann... Äh, guck mal kurz, ist da noch irgendwo, irgendwas? Dann mach ich das! Wir gehe die Luft aus, Yesterday! Ah! So, meine Mutter geht dran. Übrigens, da ist nichts. Gut. So, hi. Kann man sein, wieder zurück. Uni Mannheim? Was? Ich kann jetzt nicht. Er kann gerade nicht. Das ist eine dumme Uni, die wieder... Nein. Bist du gedreft? Ich will mich wieder mit irgendeiner Scheiße ausfragen, die mir wieder voll auf die Eier gehen will. Er sagt, es dauert 10 Minuten. Ich bin gerade trotzdem beschäftigt. Ja, hallo. Kommst du? Alter, geh doch hier. Danke schön. Ich bin schon an der Wanderhütze, weil da gab's ja diesen Teleports-Knopf. Ich bin jetzt nicht, von irgendeiner Scheiß-Uni zu sprechen. Die Mofa-Eier gehen wir mit irgendwelchen Scheiß-Umfragen. Übrigens, dann kann ich dir einen dieser Steinschwerter noch geben. Wo kam ich jetzt nicht zu? Hier, komm her! Komm mal kurz her! Ich höre mich. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Kurz. Die reads me. Ich brauche mal kurz nochmal... Als nächstes der Feuertempel dran. Das waren los eigentlich. Dażyregel Was's?